Herzlich willkommen bei Runners Point. Von der Firma Essex zeige ich euch hier aus der Till-Reihe die Sprinter-Kurz-Tight. Wer bei den klassischen Laufshorts das Problem mit Wundscheuern hat, ist in dieser Tight bestens aufgehoben. Das eng anliegende Material schmiegt sich angenehm an die Haut an und macht jede Bewegung des Läufers mit, ohne ihn dabei einzuengen. Ein Feature der ganz besonderen Art hat Essex in dieser Laufhose integriert. Die Hose verfügt über den sogenannten Core Balance Gürtel, der den unteren Rückenbereich stabilisieren soll. Mit den beiden Hip-Belts im Gesäßbereich wird die Oberschenkelmuskulatur unterstützt und die Effizienz der Muskulatur sowie die Leistungsfähigkeit verbessert. Ziel dieser beiden Technologien ist es, die Körperhaltung zu verbessern und eine gesündere Laufhaltung zu erzielen. Um zu verhindern, dass sich die Lauf-Type mit Schweiß vollsaugt, wurde sie mit einer speziellen Funktionsfaser versehen, die den Schweiß vom Körper weg nach außen transportiert. Und so bleibt deine Haut immer angenehm trocken und die Tight sitzt perfekt bei jeder sportlichen Bewegung. Kombinieren kannst du die Tight mit den passenden Jacken und Shirts aus der Essex-Lauf-Kollektion. Und das alles macht die Essex-Till-Lauf-Tight zu einer vielseitig einsetzbaren Sportbekleidung, auf die du gar nicht mehr verzichten möchtest. Du bekommst sie in allen Runners Point Filialen oder direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.